Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch, vierfach Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Wir starten die Ernte, wir sind auf Feld 1 zu Gange und ja, suchen uns jetzt mal, war schon im Rückwärtsgang, super, suchen uns mal den Startpunkt. Da ist er. Nee, Field Detection will ich gar nicht. Das passt alles. Ich fahre einfach mal. Und dann läuft er. Die Nummer 1 steht hier bei Feld 4. Da ist der Startpunkt. Na, der Lexion hat schon durchdrehende Reifen. Das passt ja super. Der Startpunkt ist da oben ganz. Na ja, dann fahren wir hier schon mal an. Bis wir dann gleich da oben sind. Abfahrer bringen wir dann auch gleich auf den Weg. Aber erstmal die Drescher. Ich bin gleich schon voll. Bis ich beim Startpunkt angekommen bin. Wieso auch immer er da den Kurs so berechnet hat, dass er da was stehen ist. Wie er da hingekommen ist, muss man mir auch jetzt erstmal erklären. Und dann hat er. Okay, da haben wir noch keinen. hätte ich wetten können dass wir da schon einen haben startpunkt hallo startpunkt den rest hole ich gleich weg wenn ich hier sowieso wieder hinfahre interessant wird es dann wenn wir die rapsfelder machen oh leute ich mich schon wieder aufregen aber hier in bahn versatz drin gut außer dass der hier gleich voll ist der ist schon voll dann müssen wir jetzt mal hier in unsere abfahrer reinspringen dafür wollte ich noch einen neuen drescher kaufen wo war er denn ich drehe durch also hier hat er nun wirklich nichts verloren nicht mal mit irgendwie viel gut will oder sonst irgendwas aber gar nicht wenn er auf dem feld aktiviert kann ich jetzt auch nichts für ja ihr seid noch nicht mal unterwegs da liegt immer noch mein geld wo kann ich das geld los werden da ja 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 das ist mir jetzt auch erstmal egal wenn du jetzt hier durch die frucht fährst oder nicht jetzt erstmal alle abtanken feld 1 jetzt und jetzt das sieht natürlich nicht auch du ist du So, jetzt kann er natürlich hoffentlich nicht weiterfahren. Aber er kann auch nicht weiter abtanken. Oh Mann, ey. Das ist ätzend. Ja, bleib doch einfach stehen, raffe es doch einfach mal, dass ich im Weg stehe. Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was macht denn jetzt hier der Drescher? Was soll der Quatsch denn jetzt? Also, Entschuldigung, was habe ich da falsch eingestellt? Nichts, oder? So? Oh. Ja. Gut, das ist jetzt hier natürlich... Oh. Der hat sich jetzt hier auch schön festgefahren hier. Ja. 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 Ich weiß. Ja. Ja, ich weiß. Ja, du kannst doch... Ja. Ja. Ja, er erkennt, dass er nix ist. Unglaublich 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 Unglaublich